Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht könnte es ja, ich bin etwas erkältet, deswegen ist es wirklich übel, dass meine Stimme jetzt so kacke ist. Ja, und zwar dachte ich mir heute, wir probieren heute mal die Vita-Kraft Mini-Pop aus. Und zwar sind das hier so drei, ähm, ja, Weißkolben. Und zwar kann man die auch in die Mikrowelle schmeißen. Und dann, äh, oder die essen, wenn die aufgepoppt sind. Und ich würde sagen, ich lese euch das jetzt einmal mal kurz vor. Für frisches Popcorn, den Weißkolben in Mikrowellen geeignetem Geschirr erhitzen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Fütterungsempfehlung, je nach Tier, ein bis drei Kolben die Woche. Nur abgekühlt verfüttern, nie ohne Aufsicht aufpoppen. Ja, genau. Ich würde sagen, das Probieren, probieren wir jetzt einfach mal aus mit einer. Und mal sehen, ob ich auch den Geschmackstest mache. Weil es ist jetzt, also es ist jetzt schon halb neun, ob meine Hauptsache machen, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Und jetzt werden wir uns jetzt mal eine aufpoppen lassen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt nehmen soll. So, also hier steht jetzt eigentlich nicht wirklich was von Geradzahl. Ähm, deswegen muss ich das jetzt wohl so aus der Hand sozusagen machen. Und ja. So Leute, ich habe mir jetzt daraus mal so eine Maiskolbe rausgeholt. Und zwar die schöne. Und zwar diese gelb-weißliche. Und ich werde das jetzt 600 Grad machen und drei Minuten. Äh. Joa. Also erstmal natürlich reinlegen. Ach, warte, wir brauchen noch ein geeignetes Gefäß. Geeignetes Gefäß. Und ab damit rein. Okay. Also, wir machen jetzt die Leistung auf ganz. Nicht nur auf 600, sondern auf ganz. Also, die ganze Leistung ist bei mir 750 und Zeit 3 Minuten. Und dann. Okay. Das könnt ihr jetzt sehr schlecht erkennen. Aber ihr könnt es ja ein bisschen erkennen. Also, jetzt muss man halt aufpassen. Äh, dabei bleiben. Und gucken, wie weit das ist. Und wenn es anfängt zu poppen, muss man ausmachen. Sonst brennt die an. Das mussten wir jetzt im Internet nachlesen. Das steht nämlich nicht hinten drauf, was ein bisschen dämlich ist. Aber, okay. Ähm. Ja. Genau. Oh. Oh. Oh mein Gott. Leute, ihr habt jetzt gesehen, wie sie poppt. Sie poppt. Hey, aber sie poppt nur an der Seite. Soll ich trotzdem schon ausmachen? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ihr seht mega, wie sie poppt, Alter. Sieht ihr das? Aber es poppt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Ist ja klar. Ja. Das sieht voll geil. Das kann man vielleicht ins Futter mischen. Das sieht mega geil aus. Was ist das? Meist, Colbert Kiefer. Das sieht ja aus. Voll die Bumme. Ihr könnt das gar nicht so gut sehen wie ich. Das sieht mega geil aus. Das ist so besser. Das sieht mega cool aus. Wir machen jetzt den Flop. oder wir machen jetzt den Flop oder Top-Test. Es poppt immer noch. Flop oder Top, mal sehen. Also so ist es ganz witzig zu schauen. Es poppt noch was. Und da ist noch was. Aber wenn du es zu lang hast, dann wird die aber es poppt ja noch ein bisschen. Soll ich ausmachen? Nee, es poppt doch. Und auf die Mikrowelle. Oh, es poppt noch ein bisschen. Boah, sieht das geil aus. Das ist jetzt total überbeleuchtet für euch. Aber ist da... Oh mein Gott. Das sieht mega süß aus. Mega cool. Und jetzt... So sieht so eine Flocke aus. Oh, diese Scharfstellung. Was ist da? Vielen Dank.